Benvenido, buenas tardes, herzlich willkommen heute zur Lektion 16, Día Césés. Seit vier Monaten habe ich jede Woche für euch ein Spanisch-Video hochgeladen und ich habe euch auch versprochen, es sollte immer alles sehr einfach sein und ich hoffe, ich habe euch damit auch nicht überfordert. Aber heute werde ich doch vorab mal das letzte Mal für euch diese Spanisch-Reihe machen, weil ich auch neue Projekte oder andere Projekte wieder aufleben lassen möchte und da kann ich euch gerne zum Schluss noch mehr dazu erzählen und auf jeden Fall, heute nehmen wir nochmal die ganzen Fragesätze durch, teilweise als Wiederholung und auch die Wochentage habe ich heute noch mit reingepackt. Wir fangen auch gleich damit an und zwar wie ist como, como te llamas, wie heißt du, dann genauso como ist das, wie geht es dir oder como se diese und das deutsche Wort in Español, wie heißt dieses Wort Deutsch in Español, ihr seht como, wie, das brauchen wir sehr sehr häufig. Dann habe ich woher, ist de donde, de donde eres, woher kommst du und wenn wir das T weglassen, dann heißt es schon noch wo und dann, das wissen wir, das ist auch ganz wichtig, donde esta, donde esta el baño zum Beispiel oder donde esta el banco, da fragen wir immer donde esta, wo ist. Und dann habe ich auch notiert, was, que es esto, das habe ich euch ja auch schon mal gesagt, was ist das oder que haces, was machst du, das meinen wir auch in beruflich oder que tal oder que pasa. Wenn ihr vielleicht traurig seid, der Kellner, der Camarero, der kommt vorbei und schaut dich an und sagt, oh, hola, ey, que pasa. Dann sagt er, na, was ist denn los, ne? Und que pasa, zagen die dann so gerne. Dann kannst du ja Smiley machen oder erzählen, wie es dir geht. Du kannst ja jetzt schon ein bisschen Spanisch. Und jetzt machen wir weiter mit dem Fragewort, was? Ne, Moment, aus Wilhelm, aus Wilhelm, was hatten wir gerade? De que ciudad eres? Also das heißt, aus welcher Stadt kommst du? Wenn wir wissen wollen, aus welchem Land, dann würde das heißen, de que país eres? Oder eben in der Si-Form ist es in ein Es Usted. Wie viel ist quanto es? Oder quanto cuesta? Also wie viel kostet es? Oder was kostet das? Das ist quanto. Wer ist quien? Zum Beispiel sind es da mehrere Leute, du erzählst, du bist mit deinem Freund da und dann fragt die Person dich, quien es tu amigo? Wer ist dein Freund? Und dann weißt du ja, was du sagen musst, haben wir alles in den Lektionen durchgenommen, wo du nochmal nachgucken kannst. So, jetzt kommen wir noch zu wohin? A donde vas? Das hatten wir gerade letztes Mal in der letzten Lektion. Wohin gehst du? Und jetzt kommen wir zu den Wuchenteilen. Weil ich denke mal, es waren so die wichtigsten Fragewörter. Und dann haben wir eben miá colés, hatte ich euch immer mal wieder gesagt, weil ich gedacht habe, Mittwoch und miá colés ist nicht so ein einfaches Wort. Lunes ist da viel einfacher für Montag und macht es eben für Dienstag. Dann haben wir jueves ist der Donnerstag. Dann haben wir biernes ist der Freitag und der Samstag ist Sabato. Und Sonntag ist Domingo. Und das Wochenende ist Elfin di Samana. Ja, und wie ich euch heute anfangs vom Video schon angekündigt habe, ich wollte es heute auch nicht so schwer machen. Und ich freue mich, wenn ihr am Ball bleibt, wenn ihr die Videos immer mal wieder anguckt. Und ich denke mal, wenn ihr von der ersten Lektion bis zur heutigen 16. Lektion nochmal alles wiederholt und ihr geht in Urlaub, seid ihr gut gerüstet, dass ihr Urlaub für, dass ihr Spanisch für Urlaub könnt. Ich glaube, er kommt ganz weit mit. Ich freue mich, wenn ihr mir mal Kommentare da lässt, wie es euch ergangen ist, wie ihr Spanisch gesprochen habt. Und wenn ihr sagt, oh, Yvonne, macht doch bitte weiter. Wir hätten noch gerne Lektion in diesem Bereich oder in jenem Bereich. Mache ich das auch gerne. Aber jetzt möchte ich zuerst mal sagen, ich möchte wieder andere Bereiche machen. Ich hatte ja mal ein Buch auch geschrieben. Es ist ein Buch für Männer. Und deshalb habe ich jetzt nochmal ein bisschen den Titel geändert. Und ich möchte es bei BOD verlegen. Momentan ist es bei Amazon. Und da muss ich das nochmal alles gründlich durchlesen. Und möchte noch ein bisschen was verändern. Da brauche ich Zeit dafür. Meine neue Homepage hat mir die Sissy jetzt gerade gemacht. Und da muss ich auch ein bisschen was tun und bewegen. Auch in dem Bücherverkauf. Und möchte jetzt wieder mehr in diese Richtung gehen. Aber Spanisch, wir können durchaus irgendwann mal wieder gerne weitermachen. Und ihr habt ja auch sonst so viele Wünsche. Ihr magt auch immer gerne, wenn ich sage, gut, ich bin ja jetzt nicht irgendwie professionelle Psychologin. Aber ich weiß jetzt selber, wie ich im Stress bin. Und mache dann wieder mal so ein Meditationsvideo. Und ich weiß, wie sehr euch das gefällt. Also werde ich in anderen Bereichen auch gerne mal wieder Videos machen. Wir sehen uns auf jeden Fall. Ich schicke euch ganz viele, ganz liebe Küsse. Muchos, Besos, Nos vemos. Wir werden uns auf jeden Fall sehen. Entweder im Spanisch oder in einem anderen Bereich. Und ich wünsche euch ganz schöne Zeit. Drücke euch ganz herzlich. Und sage Ciao. Adios. Bis zum nächsten Mal. Ciao.